und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge wir sind fast beim edenturm und da konnten wir noch ein bisschen das ein oder andere was wir noch alles so finden wir haben einen neuen kernwort tanken und haben jetzt einiges neues zeug gefunden das jetzt für zeit genau also der nächste besuch im tollen zu vielen fall denn wir haben einiges zum ausrüsten da glaube ich sagen in diesem video schauen wir uns hier noch ein bisschen um denn das gebiet hier ist echt riesig sagen auch viele viele teile um die wir mitnehmen können ich glaube davon habe ich das vergessen davon oben ist auch noch was ja zurück genau hier brauchen wir danken und dann lassen wir davor hauen okay der ist ganz gut aber das ist ein bisschen schwach auf der post weil wir da ist noch komplett neu durch mich hat wieder ein bisschen schwer dann kommt er für mich drauf stellen anrichtung kommen wir auch nicht weit ich weiß nicht ganz viel zu hoch kommen soll irgendwie gibt es ein bisschen energie nur gut suchen wir das ganze so noch ein bisschen ab ist auch noch so einiges zu erkunden zu finden davon ist da was weil das ist nun steigt ein einzelner stein der darum lang der bringt das nicht solle weiter mal gucken was wir finden wir finden nix okay makellose nieder und noch einen verstärken ein robust verstärker so jetzt richtig kompletter so recht jetzt wie so voll auch schade wir haben so viel zeug gefunden wir können nicht mehr weitermachen ich würde auch gerne noch ein bisschen was mitnehmen weil es noch recht riesig ist aber passt nicht mehr eigentlich weitermachen wird auch gerne ein ding finden und sein die weg ein bisschen zu sparen aber ich habe bis jetzt noch kein weidertier gefunden deswegen versuche ich es wird ein bisschen schwierig davon ist einer kraft von der zehnten schon gefunden so haben wir gefunden und wir reisen jetzt zurück zum kohler und unsere ganzen in das talus zu werden schauen gibt das einiges voll mehr passt nicht rein schade aber zurück zum kohler und dann ausrüsten was das zeug hält nicht nur wieder weichen deswegen brauche ich ein bisschen geduld und dann noch mal natürlich hier sind ja gut aber wir haben echt wertvolle sachen gefunden mal gucken was wir jetzt alles herstellen können was jetzt noch was verbessern können und auf jeden fall wussten wir danken auf dass der auch ein bisschen mehr power das ja die leiter kampf gestreiten kann jetzt haben wir das so ich glaube dass ich dann viele wieder stellen mehrfach besuchen muss um das alles zu finden was darum liegen gibt was da so rum liegt was dazu finden gibt so klicks besser es könnte ein bisschen stören sie durch da ein bisschen den spielstunden die länge aber das ist noch ein bisschen störend kälter bin ich ganz nur doch haben doch einiges gefunden schön dann nicht so riesig aus aber doch einiges dabei also das hat sich auch lohnt gut gucken wir was ein neues haben was man es bauen können gucken was dabei kann neu und da gucken wir mal hier ja das können wir nicht bauen da fehlt um dafür noch ein moment hier das könnten wir bauen aber alles kann ich ja wenn wir haben helfen wir nutzen glaube ich den kopf 12 und 18 also brauchen wir das gucken wir hier weiter hier sind wir bei 10 und wir nutzen gerade das über 20 bringt uns auch nicht weiter hier sind wir bei 20 und hier sind wir bei 17 und hier sind wir mit 10 haben wir auch nicht viel davon brauchen wir das und da fehlt uns ein teil ok schon sagen wir auch die roten der ist bei 19 und wir haben 10 3 ok ok schade finden wir gar nichts gefunden eigentlich nur gut lassen wir das weg und gucken mal zu danken ich glaube da haben wir viel gefunden aber da fehlt uns ein bisschen das zeug dazu schauen wir weiter was wir haben ok da haben wir einiges gefunden könnte auch nicht verbauen könnten das machen aber bringt das weiter machen wir das dass das nicht ganz so sinnlos war machen wir das damit auch ok bär haben wir es geschafft gab es darf nichts und jetzt hier geht's los ok da haben wir auch schon riesen sprung nach vorne schön aber darum ist er dann level 20 ja darum ist er dran aber erst level 20 wir machen jetzt nicht weiter und gucken dass ihn verbessern weil das dauert echt zu lange dann lassen wir es einfach so und so ein bisschen ok machen wir das und da brauchen wir auf jeden fall so habe ich gerade gefreut da auch wieder ein bisschen ewig da wieder bis 16 aber vielleicht auch weiter ging gleich so 10 13 jetzt kann es schneller machen möchte und 14 15 15 noch einmal 15 abwehr damit schon 211 ist das ganz gut aus mal gucken wie weit wir hier auch kommen ich habe das nicht ganz gut dafür den angriff ist extrem so 11 dauert noch weichen könnten bei allen eigentlichen der kinder mal richtig ein stückchen hoch die bedarf haben wir sehr viele punkte 1883 so und auch 85 gut energie haben wir auch noch ein stückchen tödliche angriffe 10,3 sekunden und neustartzeit 12,4 das ganze geht bis 21 also haben noch ein bisschen was vor uns 14 15 16 20 gilt gleich und die 21 schön da kommt aber jetzt schon einmal hier sind das heißt ein bisschen länger dauert noch dass der jahr 20 und dann da ein bisschen mehr von haben das auch dann der weg ein bisschen her geholt hat oder auch gleich 21 müssen ja nicht all drei machen können ja eh nur zwei mitnehmen entscheiden wir uns wieder für mac und und dann so und jetzt noch das und dann haben wir 24 so habe wir noch ein bisschen auch machen da ist schon ein bisschen mehr dann was er austeilen kann und einstecken kann auch bald level 20 wird es müssen einsetzen könnte dass er gefunden haben so und noch einmal so 21 das soll jetzt wieder stückchen dann gucken ob wir dann auch die kohle bin da auch so das habe ich nicht gewusst dass das tor ist aber dann würde er auch zum story finden dazu schade ich dachte ich habe den spiel entspricht durch rechen gewachsen hat das so gefunden fühle mich gerade so gut alles wieder zunichte gemacht so noch glaube ich noch einmal das film und wenn doch jetzt noch einmal dann haben wir danken soweit erst mal aufgebaut jetzt noch weg hier wieder sein 20 und warum es einfach geht ok schön mal drücken und oder man kann es auch gedrückt lassen da geht es alles viel schneller und ihr habt das klappt nicht mehr das geht natürlich viel besser schön so schnell warum bin ich einfach mal mein finger liegen lassen noch einmal da kommt jetzt ach das habe ich so gemacht aber so geht es ganz gut 22 23 23 4 4 5 5 6 schön das geht gut da kommen wir haben ihn auch noch warum schon auch nochmal deswegen auch seine energie ich weiß nicht ganz auf null machen um halt da als eventualität noch berüstet zu sein ich weiß nicht was gut zu hören die alle und die gleichen haben anstatt einen ganz gut zu machen so ein 20 und jetzt wieder auf 26 4 455 und hammer schön sieht was sie von sprung gemacht haben und spannend wie ist das im kampf aus dann bemerkbar macht schön da sind wir wieder reißen wir zurück da sind wir weg schön danken 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 ich bin gespannt was die anzeige können der eine muss noch irgendwie grünsteine kaputt machen der andere kann vielleicht nach oben ziehen dass wir auch höhere stellen besser erreichen denn da gibt es also ein oder andere wo ich mit der schrungkraft nicht hochkommen muss ich ehrlich sagen da reicht es nicht aus gut so herum vielleicht ein bisschen zu verbessern ich weiß ja was ich weiß nicht dass ausfahrt eine rolle spielt wie mir gerade spielen um die baupläne zu finden und ob es egal ist musik ist wieder weg das alles gleich losgehen ok wir kamen von rechts von hier und liegt auch ein bisschen zeug rum also noch ein bisschen was was wir einsammeln können deswegen geht auch hier stück zurück hier liegt gerade nicht rum ach jetzt finde ich das was ich suche vorführeffekt klappt nie so wie es sollte da unten liegt auch noch was jedes haben wir auch komplett übersehen aber das war leider von lex liegt schön da oben ist auch noch was ich weiß gar nicht wieder hochkommen groß aus was war das war es mal ein schiff war das bei millionen ist es ein blut nach so komme ich doch gut da liegt nichts ich nehme weg mit um halt einfach mal vielleicht was zu finden oder fliegt was rum und so recht ganz schön viel zu erkunden ich riesig das wieder ein log ich habe mir passiert nichts Machen wir das bei den, ja? Oh, ist der echt, hast du nicht gesehen, 20? Der ist resistent, wie soll ich das machen? Er stört einfach mal nicht. Ich mach nicht mal Schaden. Oh, was ist denn da drinne? Okay, die kleinen bringen überhaupt nichts, die großen, bin ich grad sicher, bringt die großen was? Nein, das ist auch noch groß und resistent. Da ist echt gar nichts. Okay, wir machen nochmal einen Rotz-Mack. Okay, wir machen nochmal einen Rotz-Mack und... Auch nichts, okay, dann hauen wir ab hier, bevor wir wieder sterben und dann wieder stundenlang laden. Oh, da hinten ist eine Kiste, aber ich komme nicht ran. Aber schön, dass eine Kiste. Das ist ja jetzt auch mal... Gut, wir haben auf jeden Fall irgendeinen Teil gefunden, das ist auch... Oh Gott, wir sind... Okay, kein Problem. Schade, hinter uns. War's. Gut, bevor es jetzt geht, bedanke ich mich erstmal. Hopp, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir die... Flugstand weiter durchsuchen. Ich bedanke mich für die Zuschauer mit schönen Zeit und wenn es zum Klaren vorbei ist, sehen wir uns wieder. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.